Ja, hallo, ich bin der Wari und dies ist der dritte Teil meiner Serie auf den Spuren des Dachses. Wenn es euch interessiert, was jetzt hier passiert, dann guckt euch das Video nach dem Trailer an. So, also ich bin jetzt hier an einem anderen Eingang. Meine Wildkamera stand etwa 30 Meter in die Richtung. Die ganz erste stand etwa 100 Meter in diese Richtung. Das ist sozusagen jetzt so ein Dreieck. Bei dem Eingang hier habe ich bemerkt, dass hier sehr oft frischer Sand liegt. Ich werde eine hinter dem, da, hinter dem Eingang da an der Kieferpflicht, weiß ich nicht, anbringen. Eine da, ja und das sollte eigentlich reichen. Und dann haben wir hier zwei. Der Dachs ist natürlich damit beschäftigt, seinen Bau zu vergrößern, auszuräumen, zu säubern und so etwas. Und dann bringt er natürlich auch die Erde heraus. Das hat man auf dem anderen, in Teil 2, hat man das auch schon gesehen. Allerdings war ich da ziemlich weit weg mit der Kamera und da waren auch ein paar Büsche dazwischen. Das sah man nicht so richtig. Deswegen verspreche ich mir hier mehr. Dass der Dachs, wenn der Erde zum Beispiel herausbringt, dass der die unter sich herzieht. Und rückwärts den Bau verlässt und mit den Vorderpfoten den Sand unter sich immer her schiebt. Bis nach draußen hin und dann dort verteilt. Das gleiche macht er natürlich auch mit Laub und kleinen Zweigen und Nadeln und so etwas, was der so zur Polsterung in seinen Bau reinlegt. Das alte kommt raus und dann holt er sich Neues an und bringt es rein. Deswegen ist in dieser Umgebung hier zu sehen, dass weniger Laub liegt als woanders. Ich hänge jetzt mal die Wildkamera auf, lasse sie für ein paar Wochen hier stehen. Und ihr merkt ja gar nicht, dass da ein Haufen Zeit vergeht, ehe diese Aufnahmen kommen. Aber die hänge ich jetzt hinten ran und die seht ihr dann im Anschluss. Viel Spaß beim Angucken, viel Spaß beim Spannern sozusagen. Und ich bin gespannt, was der Dachs so an Dachsige Dinge treibt. Ihr auch? Viel Spaß. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Die Aufnahmen, die danach folgen, sind alle von der Wildkamera. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Hola Mario. Nee, sonne, sonne in einer Stadt. Sonne of Jamaika. Na 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 na. Zusack in denковsten simultaneously. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020